Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich weiß, heute sind die Lippen dran. Ich muss ja auch mal die Lippen pflegen. Ja, das tut dir auch mal gut. Dann habe ich heute eigentlich einmal hier die Lippen und Lippen. body, body. Das ist ein Lippen, scrub, zucker und ananas. Oder duftet ja, dich. Und dann eine Lippenpflege von dir. Mit diesem durchsichtigen Lippengloss. Ja, die kann man aufstarten. Natürlich, selbstverständlich. Erst mit überdruhen von Blutkorn. Blutkorn. So. So. Dann fahren wir das folgende. Erst werde damit deine Haare zum Knie ja, bis das noch nimmst. Dann, dass du dich wichsen kannst. Nicht noch des Kniebacken. So schön. So schön. Sehr schön. Wir haben hier heute Lippenpire an As es ist eigentlich kann man some sort of lip scrub eigentlich. I usually do pineapple lip scrub. Pineapple lip scrub. Okay. 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 Das Körper auftragen. So, wir wollen schön zurückkleben. Und auf die obere Lippe. Und jetzt auf die untere Lippe. Und jetzt, auf der Lippe. Und auf der Lippe. Und auf der Lippe. Und auf der Lippe. Jetzt das ist Krabbrow. Das ist einfach gut 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 So, jetzt wird mal meine entwischen gehen und darf es mal hier zu tun Jetzt habe ich hier das Duhchen mitgebracht, das ist der Worte und ich werde es jetzt mal mit Krabbrow Dann kann es noch mit oder oder Ja oder 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 Ja, dann werden wir fertig immer so Ja Deine Lippe sind weich jetzt und ich meine jetzt mache ich dir noch diese 100% natürliche Salma drauf oder Okay Okay Also das macht halt ja auch die Lippe natürlich bevor ich diese nur mehr denn nach dem Scrum ist die Lippe natürlich schön geschweinig aber es ist immer gut sie dann doch noch genau auscreme Das ist ja dann eigentlich genau das Gesicht wenn wir ein Peeling verwenden selbst mit A0 Lea zum Beispiel dann ist das trotzdem Danach Ratsam dann auch das Gesicht mit der Creme Trotz Also habe ich hier aber habe ich einen kleinen in der sind So wenn du an Ja, ja, ja. Und jetzt hier. Ich werde kurz mit dir an den Wunsch. An den Wunsch. An den Wunsch. Und die Wunsch. Wunsch. So. Bereit? In den Wunsch. So. Genau. So. Ja, oben. Ganz langsam. Und langsam. Und langsam. Und langsam. Und langsam. Und langsam. Und langsam. Gond. Gond. Und jetzt gond. Gond. Vraska. Vraska. Gond. Das ist ein Schlaf, ganz und entspannt, der Träume, der günstige, das ganz arg nie, das wunderbar, dann gleich noch mit dem Kleinfandel, du schätzt dich als Mensch, du weißt, du bist wunderbar, du weißt, du bist wunderbar, du bist auch eine liebevolle Person, aber du versuchst dich immer zu bessern und das klappt auch, hoffe du dann mal wieder, und das ist doch das Schönste, wenn wir versuchen uns zu bessern und dann uns armen, wir haben uns von Fehlern und die Hand ist von anderen gar nicht bewegt. Deswegen, du weißt, dass du deine Fehler hast, aber du liebst dich trotzdem und schätzt dich, und nimmst dich an, nimmst dein Stärchen an und weißt, dass auch aus deinem Stärchen du auch eine Stärchen springen kann, deshalb, nimmst du dich an und du bist wunderbar, und dann hast du dich an und du bist dann dabei, jetzt kannst du entspannen, du schuldest niemanden mit raus. Ich bin bei dir selbst. Du weißt, dass wir da nur Druck bei dir suchen können. Aber auch so wie schon jemand etwas hältst, was du und dann von unserem ganzen Herzen. Deshalb lass dich fallen, dich frei zu dir und um diese Freiheit nichts tun zu müssen, sondern nur das, was dein Herz sagt. Höre auch dein Herz, was es dir sagt. Vielleicht etwas geschehen, aber es ist wichtig, dass dich auf dein Herz, dein inneres Gefühl und handeln auf dein inneres Gefühl. Und lächle, das geht für dich selbst. Einfach morgens aufwachsen, versuchen zu wachen, zu lächeln. Du siehst, das ist ein neuer Tag, ein neuer Tag wird begonnen. Du bist aufgewacht, gesund mit dem Unter. Was gibt es Schönes? Und vielleicht gibt es dir einen Motivationen anreizt mit dem neuen Beginn, denn da mit voller Energie, Entspannung und Lebensfreude vor allem hier. Also, happiness ist in dir. Happiness ist in dir. Love yourself. Keep calm. You're ready. You deserve it. You deserve it all. You are a wonderful person. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Ich wünsche dir eine wunderbare, gute Nacht. Und wunderschöne Träume. Gute Nacht. Das war gut. Und sleep well. Eleg Hur가요. Sometimes withizzle alles zu gehen... ANE And tone, Bloom Müller. τε allt... Ei타顺isch. Ich wünsche dir die both zombieueracaks. Schuchze. Ich wünsche dir dieitiere auf Saison. Dieses practice ist ein wenig nicht zu sein. Vielen Dank.